Cooles Schnittbüll Da können wir nix neues grad herstellen 1 mit dem Octave erheben Könnte mich da sein? Ok Noch keinen neuen FP Gut Dann stützen wir uns wieder auf ins Gefecht Auf der nächsten Nächtigen Patrouille Die war ja relativ kurz jetzt ne? Ok, jetzt ist schon einiges mehr hier los Aber ich will was schauen Was liegt in der Richtung In die ich hin muss Da hätten wir auf jeden Fall hier was Aber hier ist auch was Gucken wir uns erstmal das an Schwierigkeit doch nochmal Also das kann schon ein bisschen übler werden Naja, wir werden sehen So, zum Beispiel da leuchtet jetzt auch was Was Ich kann echt nicht unterscheiden Mit diesen Nebelscheinwerfern hier Was was ist Das waren die Dageauskundschaften Brauchten Officers in der Nähe der Kreuzung Sixth und Doja Berichte über eine mögliche Entführung kommen rein Boom, ok Scheiße sind hier viele Da ist ein Bulldozer Scheiße Ey Ey Ich schalte erstmal die anderen aus, bevor ich mich um den Bulldozer kümmere, ich vergesse den Blatt mache. Ey, hör doch auf! Man kann mit X nicht ausweichen, gell? Ich bin ja so gewohnt mit X auszuweichen. Hör doch auf, Alter. Scheiße, ich bret ich renne. Ey, ich drücke immer die falsche Tasse, Alter. Verarschen. Halt's Maul jetzt, ich muss mich mal konzentrieren. Wie komme ich denn über den Trieber? Nein, so nicht. Du Scheiße. Ich hab vergessen, wie man die Bulldozer besiegt. Ich hätte mir meine Tartoyle-Missionen mal anschauen sollen. Halt das Maul jetzt. Der hat eine ganze Schrankwand mitgenommen, der Bumm. Das war zwar scheiße, aber egal. Das war auch das Mindeste. Dass du hättest Danke sagen können. Eigentlich hättest du nur mehr machen können, ne, Chef? Das hat Fisch aber eben Energie gekostet und Reserven. In die Richtung muss ich. War da nicht irgendwie so eine Challenge besiegen, Alter. Sonst so viele Bulldozer ineinander. Gibt's im Schaftisch? Was? Was ist das denn? Ja, der Schaftisch ist aber im Glockenturm. Nein, dann machen wir das nicht. Kümmern wir uns erstmal darum. Ey, wie geil wäre dieses Spiel echt mit der Störung von Arkham. Ohne Mist jetzt. Die Spiele haben das ja auch so perfektioniert. Man hätte doch, man hätte das doch so lassen können. Sagen können, okay, komm, wir machen das mit der Prämisse Batman ist tot. Und ihr übernimmt. Aber dann halt mit der besseren Steuerung. Oh, die hier ist echt für den Popo. Oh, die hier ist echt für den Popo. Die haben auch einen Bulldozer dabei. Nein! Hau doch ab, ey. Ich drück immer die falsche Taste. Weil ich das so gewohnt bin, von einem Arkham-Spiel mit der X auszuweichen. Da pisse ich. Ich mache erst eure Temptations hier Platz. So, jetzt ist mir jetzt der Molotow-Cocktail dran. Der kommt, der kommt, der kommt. Ey, was? Hier gibt's noch mehr? Aufgetaucht? What the f- Leute, das könnt ihr doch nicht bringen! Aber irgendwie mag ich die Spielweise von Robin hier in dem Spiel. Auch wenn's, wie gesagt, kein Arkham ist, aber... Ich werd, glaub ich, den Vergleich eh öfter noch bringen. Hörst du auf? Reicht das jetzt nicht mal? Wo kommen die die alle her? Oha, beinahe hat der mich angezündet. Zwei Bulldozer, what the f- Das überlebe ich nicht, Leute. Einer von denen hat die Stimme von Harley Quinn aus der Arkham-Reihe. Ich find halt diesen Modus geil, diesen Move geil, aber der sich so ein Schatten-Duplikat heraufbeschören kann. Hiya! Hör, haben die einen Banden-Krieg angefangen? Okay, sollen wir recht sein? Hallo, hallo? Mich haben grad die Cops niedergeschossen? The fuck is it, man? Ey, nee. Die sind sogar noch hier unten. Habt ihr echten Schaden gehabt eben? So, das ist jetzt Payback, weißt du? Hörst du mit, Mann? Wird das leichter? Hörst du mit, Mann? Hallo? Okay, das Sträufer ist schon echt krank. Ich nehm dich fest, Robin. Warte. Die haben ja gefühlt unendliche Rüstung, alter. Das ist jetzt eine gute Idee, die Hauptmission ohne Heilung zu starten. Na, ich würd's hier einfach so rein. Genau. Hallo. Wir sagen mal Hallo zu Blackgate. Eigentlich keine gute Idee. Ich starte zum Glockenturm zurück. Die haben mich viel zu sehr geschwächt. Das ist doch blöd. Ah, warte mal. Dann hab ich doch ne Idee. Wenn ich jetzt schon dabei bin... Nein. Machen wir das mit dem Schachtraum. Warum zieht das eigentlich immer so gerade hoch, wenn ich da rüber bin? Guck mal, wie krass die eigentlich die Gebäude hier scannen. Ey, das wär so geil mit der Archimension. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber es ist nun mal eine Tatsache. Why can't we have nice things? Kann ich immer nur von da unten rein? Ich darf auch mal hoch und gehen mal. Ich bin Robin und was heißt du, du kennst mich aus den sozialen Medien. Was? Hier komm ich nicht durch. Ey, das ist so weird gemacht. Wo ist denn dieser Eingang? Also wirklich, es müsste von oben eigentlich auch einen Eingang geben. Nein. Ist das einer hier? Nein. nichts mal verlassen gucke ich ob da nicht vielleicht doch irgendwann eingangs möglichkeit was hat hier einmal niedrige schwierigkeit gerade so ich war ein enorm niedrige schwierigkeit ich glaube kaum hat ihn mit dem geist öffnet könnte man sagen ich beende mein letztes spiel mit bruce ich konnte das brett nicht aus dem mann retten nur unsere notizen wir haben jeden zug notiert damit wir das spiel fortsetzen konnten falls einer von uns auswählen ich sehe nicht wie bruce dieses spiel verlieren könnte ganz klar er gewinnt ein spiel aber ohne hier verloren das möchte ich bezweifeln was das er tot ist nein dass wir verlieren bruce rolle war wichtig aber er sah sich nie als die einzige figur im spiel ich bin jetzt aber endlich mal als frauen in dieses gefängnis ja die nächste personel starten was zieht eigentlich das ist da drüben das ist dort aber wo soll diese mission sein nirgendwo was gekommen dann geben wir zu halle gucken nur mal ob unterwegs ein verbrechen ist nicht so ein kleines gemetzel okay das wird lustig das ist der über unter sprang unter springen you listen to radio war das ist barack obama aus dem ich gesehen haben dieselbe wieso Ihr Schweine habt gehört sich wohl was anderes sagen, hä? Deine. Oh. Wo bin ich denn hier rangekommen? Bumm. Okay, das reicht. Nächstes. Ja, da hast du ein bisschen Sauers geguckt. Ich hab auch noch ein wenig Gefühl bei der Dach und Chewie. Brrrrrr. Wo ist mein Täbchen verbogen? Du Schwein. Jetzt ist hier eine Patrouille. Ne, 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 ne. Nein, ich find's gut, dass sie da ist. Weil die Zeit von Waffen stehen bleibt. Deswegen haben die mich angegriffen. Die kamen von da, drüben. Jetzt hab ich das erst gecheckt. Zeig dich, du Feigling. So, da seid ihr euch doch. Ich wollt schon sagen, wieso kam ich hier einfach durch? Sieh, so war das gedacht. Das Spiel hat da ein bisschen rumgebackt. Weil hier auch Überwachungskameras sind. Ne, das hätte mischen können. Blackgate. Viele böse Leute hier. In den Zellen und auch außerhalb. Jetzt wird er philosophisch. Ich schätze, die Besuchszeit ist vorbei. Sie haben Batman hier schon kaum geduldet. Da werden sie für uns nicht den roten Teppich ausrollen. Dann müssen wir den langen Weg nehmen. Jetzt wird lustig.